In der Europäischen Union gibt es jetzt den ersten sogenannten alternativen Marktplatz für Apps. Alt Store heißt er. Und die Frage, die man sich stellen kann, ist, lässt der neue Marktplatz Apples App Store alt aussehen? Und wie sicher ist das Ganze? Ja, und was kommt da wohl noch auf uns zu? Also viele Fragen. Und das ist natürlich Grund genug, darüber zu sprechen. Jetzt hier im Mac & i Podcast Folge 70. Und damit herzlich willkommen. Ja, zu ihm gibt es in der EU noch keine Alternative. Hallo, herzlich willkommen, Leo Becker. Hallo, Malte Kirchner. Als ich gehört habe, in der Europäischen Union sah ich so Fahnen hinter mir flattern mit gelben Sternen. Und ich weiß auch nicht, es hatte so einen EU-patriotischen Anklang. Ich habe noch nicht geprüft, ob es in Mexiko vielleicht einen anäquaten Co-Moderator gibt. Ja, das wäre auch ganz nett. Aber ich kann kein Spanisch, also so gesehen. Ja, mein Spanisch müsste ich dafür auch erst auffrischen. Ich musste ja etwas gestehen, Leo. Ich habe den ersten alternativen App Store bereits am ersten Tag leer gekauft. Das ist, ich weiß nicht, ob ich dafür klatschen sollte oder ich glaube, man muss nicht allzu viel Lob dafür aufbringen. Ja, ich auch. Ich auch. Man ist da relativ, man kommt natürlich relativ schnell da auch am Ende an. Aber dafür gibt es halt zumindest mal überhaupt jetzt einen allgemein verfügbaren Alt Store, alternativen App Store. Der Name ist ja hier tatsächlich Programm. Weil es gab ja bis jetzt nur so einen, der letztlich sich an Firmen gerichtet hat. Also diese Mobivention-Geschichte. Wir hatten damals, als der gestartet ist, auch darüber berichtet. Aber er ist halt nicht öffentlich verfügbar. Das heißt, es konnte ihn halt nicht einfach irgendjemand jetzt runterladen, auch runterladen und auch ausprobieren. Das hat das natürlich ein bisschen für die breite Öffentlichkeit relativ uninteressant gemacht, weil es halt nichts zum Ausprobieren gab. Und das hat sich jetzt mit dem Alt Store oder Alt Store Pal, wie er ja lustig heißt, lustigerweise heißt für Europa, sich jetzt natürlich einfach geändert. Sodass tatsächlich jeder iPhone-Nutzer, der in einem der 27 EU-Länder wohnt, sich diesen Store herunterladen kann. Unter der Voraussetzung, dass er nicht zu den Leuten zählt, die eine Apple ID aus einer anderen Region benutzen, wie zum Beispiel ein US-Apple ID. Also man braucht schon auch eine, wie soll man sagen, EU-Apple ID. Also eine Apple ID, die einem dieser 27 EU-Länder zugeordnet ist. Sonst funktioniert das ganze Spiel nicht. Weißt du eigentlich, wofür Pal steht? Also ich musste gleich an die alte Fernsehnorm denken. Ja, ja, ja. Also das ist meine Interpretation davon, dass er sich da diese europäische Geschichte geschnappt hat als Signalisierung. Aber vielleicht habe ich doch was komplett missverstanden. Also man möge uns aufklären, wenn jemand bessere Ideen für diesen Beinamen hat. Die jüngeren Hörer wissen wahrscheinlich gar nicht mehr, was das ist. Also das waren ja so Sachen, mit denen man sich damals noch herumgeschlagen hat. Wenn man zum Beispiel irgendwie US-amerikanische Serien früher gucken wollte und hat dann von Freunden eine Videokassette zugeschickt bekommen, dann war das ganz komisch, weil die nämlich ein NTSC war. Und dann, das war so für mich damals der Moment, dass ich mich das erste Mal mit Pal und diesen ganzen Internorm-Geschichten auseinandergesetzt habe. Ja, vielleicht liegt das tatsächlich am Inhalt dessen, was ja momentan in diesem Alt-Store drin ist, dass das so eine kleine Hommage, ob das ist, was da zu finden ist. Würde ja auch passen. Ich meine, der Palraum ist ja auch in Europa. Ja, ja, eben, genau. Also ich glaube deshalb, ich weiß nicht, ob er es irgendwo mal gesagt hat, ich habe es nicht gesehen, aber ich glaube, dass er es deshalb als kleine Anspielung an Europa gewählt hat, diesen Zusatz. Weil der Alt-Store per se, den gibt es ja schon lange oder länger auf jeden Fall und den konnte man ja über Umwege, also man braucht praktisch so einen Client, der auf seinem Desktop-Computer, also auf einem Mac oder auf einem Windows-PC läuft und dann konnte man über diese, sich praktisch diese Apps auch sideloaden und die mit seiner eigenen Apple-ID signieren. Das ist ja ein Weg, den Apple seit wirklich langer Zeit, seit Ewigkeiten, hätte ich fast gesagt, vorsieht, um halt Hobbyisten, Hobbyprogrammierern zu erlauben, halt ihre Apps zu signieren, die sie entwickelt haben und dann praktisch mit Xcode einfach Kabel gebunden aufs iPhone zu bringen und dort halt auszuführen mit einer Reihe von Einschränkungen. Das funktioniert dann halt nur für, ich glaube, du musst die alle sieben Tage neu signieren, wenn ich es richtig im Kopf habe und du kannst auch nur bis zu drei Apps, die so signiert, selbst signiert sind, parallel installieren und parallel benutzen und damit ist es halt super unkomfortabel, wenn du das halt für Sideloading benutzen wolltest. Und dieser Alt-Store, der ursprüngliche Alt-Store, hat da halt viele Tricks drumherum gemacht, um dir das abzunehmen, halt über, aber eben mit dieser Hilfe des Desktop-Computers, der praktisch dann immer das iPhone synchronisiert hat und dann hattest du nicht mehr, der hat sich darum gekümmert, dass da alle sieben Jahre, alle sieben Jahre, wäre gut, alle sieben Tage neu signiert wird und damit hattest du dann so eine Art Sideloading, aber immer noch mit viel, ja, mit viel Hickhack. Und als Dorpal ist halt jetzt so, wie man sich das vorstellt, also man muss halt einfach nur ihn einmal installieren, da werden wir sicher gleich drüber sprechen, wie das funktioniert, weil das auch ungewöhnlich ist für iOS- und iPhone-Verhältnisse und wenn man ihn einmal installiert hat, dann hat man ihn einfach als weiteren App-Laden auf dem iPhone. Aber ich finde es schon ganz interessant, so dieser Meilenstein, wir haben ja schon in früheren Folgen dieses Podcasts über den theoretischen Unterbau gesprochen, über Apples Reaktion auf den Markets Act der EU, wie sie letztendlich dann das vorsehen, dass alternative Marktplätze für Apps dann entstehen können. Aber jetzt haben wir ja wirklich die Praxis, jetzt sind wir das Meilenstein, jetzt kann jeder das ausprobieren. Und interessant finde ich ja, was so als erstes da jetzt quasi gekommen ist. Also manche haben ja befürchtet, dass Epic jetzt um die Ecke kommen mit Fortnite, die waren dann doch nicht so fix. Aber interessant finde ich, dass gerade solche Apps ja daherkommen, du hast es ja gerade schon ein wenig skizziert, die man bislang nur mit sehr großem Aufwand eben auf seinem iPhone installieren kann, die aber eine Fanbase haben, die diesen Aufwand auf sich nimmt. Und da kommen ja so zwei Dinge ganz gut zusammen. Einerseits, dass ja die alternativen Marktplätze so schon ein bisschen frickelig sind im Vergleich zum App Store. Es ist nicht so ganz so einfach, da reinzukommen und loszulegen jetzt für Otto-Normal-User. Aber diejenigen, die jetzt dann diese Apps, zum Beispiel Emulatoren, über Jahre schon, was weiß ich, selber mit Xcode auch kompiliert haben und haben die auf ihr Gerät gepackt, für die ist das natürlich eine enorme Erleichterung. Also für die ist das ja der Himmel, ein Paradies, dass das jetzt so einfach möglich ist. Und Apple ist aus dem Schneider, weil sie, also gut, ich meine Emulatoren, sind sie ja generell ein bisschen generöser geworden gegenüber. Aber es gibt ja viele Dinge, die nach wie vor ja im App Store dann untersagt sind oder eben, ja, wo man es als Entwickler nicht so ganz leicht hätte, das durch die Schranke zu kriegen. Und ich glaube, die Entwickler, die haben ja so ein bisschen Blut geleckt, dass sie jetzt sagen, das ist ja eigentlich die Möglichkeit, jetzt dann über alternative Marktplätze das mal rauszuhauen, ohne jetzt dann irgendwie diesem strengen App Store-Diktat da zu unterliegen. Ja, der Alt Store. Wollen wir über die Einrichtung mal sprechen? Ja, ich glaube, die steht ganz am Anfang, weil da muss halt jeder durch, der sich überhaupt einen alternativen App Store installieren will oder auch in Zukunft dann eine App direkt von der Webseite eines Entwicklers laden will. Der Einrichtungsprozess wird identisch sein oder mehr oder weniger identisch, egal jetzt, ob das ein, also ich meine, auch der alternative App Store ist ja nur eine App, die du aus dem Web halt runterlädst. Also das heißt, das funktioniert technisch, glaube ich, kann man fast sagen, zu 100 Prozent identisch im Unterbau. Apple hat ja jetzt, das kommt ja dann erst mit 17.5, dass man einzelne Apps sideloaden kann. Und mit 17.4 haben wir ja jetzt die Unterstützung für die App-Marktplätze. Aber das Prozedere ist, glaube ich, identisch. Ich meine, du hast gerade gesagt, du hast ja auch noch mal recht frisch durchgespielt. Vielleicht erzählst du mal, wie dein Erlebnis war, diesen Alt Store zu installieren. Am Anfang so ein bisschen mit Schrecken, muss ich sagen, weil ich auf eine merkwürdige Hürde gestoßen bin, die mich erst mal irritiert hat. Gut, wenn ich jetzt ein bisschen genauer hingeguckt hätte, hätte ich gleich die Lösung dafür gefunden. Aber ich war dann auch in üblicher Weise hektisch. Also ich bin auf die Webseite gegangen vom Alt Store, so weit, so einfach. Und da musste man ja dann erst mal eben eine Zahlung vornehmen. Also das ist schon mal so das erste neuartige Erlebnis, dass man etwas zahlen muss, um einen App Store überhaupt benutzen zu dürfen. Das waren jetzt aber mit 1,79 Euro war das jetzt ein stemmbarer Betrag. Das war so weit so einfach. Also ich habe dann tatsächlich dann mit Apple Pay das bezahlt und musste dann eine E-Mail-Adresse hinterlegen. Und darauf kommen wir später noch, denn diese E-Mail-Adresse, das sollten wir später eine kleine Hürde wiederum aufbauen. Auf jeden Fall so weit, so einfach erst mal. Aber dann kam ich auf diesen Button, den du erwähnt hast, wo man draufklickt auf der Website und dann kann man diese App, diesen Marktplatz installieren. Und dann kam eine Fehlermeldung. Da kam die Fehlermeldung, ja, ich müsste in den Einstellungen das freischalten. Das ging ja momentan nicht. Und ich dachte, hä? Ich hatte im Vorfeld mal experimentiert damit. Man kann ja über die Bildschirmzeiteinstellungen ja abschalten, dass man überhaupt alternative Marktplätze installiert. Das ist ja so ein Kill-Switch, den ja auch viele begrüßen, weil sie sagen, ich möchte damit nichts zu tun haben. Und ich dachte, dass ich den fälschlicherweise vielleicht eingeschaltet gelassen habe. Und bin dann in die Bildschirmzeit rein und habe festgestellt, nee, alles in Ordnung da. Und dann bin ich nochmal zurückgeswitcht und habe mir die Fehlermeldung mal richtig durchgelesen und habe dann festgestellt, Moment mal, da gibt es ja noch eine weitere Hürde. Weil wenn man in Einstellungen ist, ganz oben, da wo dann die iCloud-Einstellungen sind, da war dann so ein Eintrag plötzlich, dass der Altstore sich installieren möchte. Und da musste man draufklicken und dann wurde man nochmal belehrt, ob man das denn wirklich zulassen möchte. Und dann ging das ganze Spiel eigentlich relativ einfach. Aber mit dieser Hürde, ich weiß nicht, wie dir das geht, von der habe ich nie was gehört, dass da Apple noch so ein Sicherheitslayer reinzieht. Ja, also dieser Prozess ist ein bisschen daran angelehnt, an die Funktionsweise, wie man Apps mit Enterprise-Zertifikaten installiert. Also es gab ja, auch das ist ein Weg, der schon sehr lange Sideloading auf iOS ermöglicht, dass Apple an große Firmen diese Enterprise-Zertifikate herausgibt. Die sind eigentlich dafür gedacht, dass diese Firmen praktisch ihren Mitarbeitern oder intern sehr einfach Apps bereitstellen können und ausrollen können, weil alles, was mit diesem Enterprise-Zertifikat signiert ist, frisst halt iOS und akzeptiert diese App und führt sie dann auch aus, was ja sonst das Problem ist, weil sonst wird die App halt nicht ausgeführt. Aber auch die Enterprise-Zertifikate setzen eben genau diesen Extraschritt voraus, also in die Einstellungen zu gehen, als einmal dem Anbieter das Vertrauen auszusprechen, also in dem Fall deiner eigenen Firma. Und daraufhin kannst du eben alle mit diesem der Firma zugeordneten Zertifikat signierten Apps dann halt installieren als Mitarbeiter zum Beispiel. Oder natürlich auch diese Enterprise-Zertifikate, und da kommen wir zu dem Problem, was immer an die geknüpft war, wenn sich jemand die in komischer Form beschafft hat oder irgendwie geklaut hat oder die auf welche Weise auch immer sozusagen in die falschen Hände gelangt ist, dann war halt auch immer schon möglich, da so skurrileres Sideloading auf iOS anzubieten. Und das wurde auch immer wieder genutzt über die Jahre, auch in größerem Stil teilweise. Und Apple hat da versucht, auch immer einzuschränken. Und gerade dieser seltsame Prozess, den wir jetzt auch eben für die alternativen App-Marktplätze sehen, der ist das Resultat davon, dass Apple da immer mehr Hürden eingebaut hat. Und eine dieser Hürden ist eben, dass du nicht wirklich weißt, was du tun musst. Es kommt halt diese Warnmeldung, die dich irgendwie natürlich, wenn du die sehr genau durchliest und in deinem Kopf sehr, sehr genau mitdenkst, dann wüsstest du irgendwie vielleicht, was du tun musst, aber halt nur vielleicht. Weil du wirst halt nicht automatisch in die Einstellungen geleitet, um halt zu verhindern, dass halt der Bösewicht mit dieser Technik dich halt auch dazu bringt. Es ist nicht sehr intuitiv. Also normalerweise würde ich erwarten, dass die Meldung mir gleich einen Button offeriert, dass ich dann mit einem Klick dann eben auf diese Einstellungsseite komme. Und was mich halt zusätzlich irritiert hat, ist ja, dass du, wenn du dann diesen Button irgendwann wirklich drücken kannst für das Installieren, kommt ja nochmal eine Nachfrage. Und diese Nachfrage kannten wir ja im Vorfeld schon, dass eben bei Apps, die du eben über diesen Button, oder generell hat Apple das ja auch im App Store reingezogen, selbst bei ihren eigenen Apps, dass du jetzt immer so eine Abfrage kriegst, dass nochmal so eine Vorschau, diese App möchtest du installieren, willst du das wirklich? Und dann drückst du OK. Und damit habe ich gerechnet. Aber nicht, dass der Button selber auch nochmal verriegelt ist, bis ich den benutzen kann. Ja, aber es zeigt ja andererseits eben auch, dass sie ja augenscheinlich bei der Implementierung dieser DMA-Sachen auch ein wenig darauf zurückgegriffen haben, was sie schon in Sachen Enterprise-Apps dann vorher gemacht haben. Ja, sie haben letztlich, kann man sagen, sie haben ein bestehendes System genommen und ein bestehendes und gut funktionierendes System unterm Strich genommen und halt weiterentwickelt dafür plus halt diesen Zulassungsprozess. Also wie reichst du die App weiterhin ja bei Apple zur Prüfung ein und wie kommt dann die App letztlich dann aufs Gerät? Da haben sie natürlich schon viel drum herum gebaut, was jetzt so für die Enterprise-Verteilung, glaube ich, als Infrastruktur nicht in der Art zumindest vorhanden war. Aber der Basisansatz ist natürlich derselbe gewesen. Plus halt das, was wir vom Mac und von macOS mit der Notarisierung kennen, wie die Apps halt geprüft werden. Also da haben sie sich natürlich bestehende Prozesse geschnappt und die halt dann jetzt für iOS weiterentwickelt und angepasst. Und dann haben wir halt jetzt diesen Prozess, wo man auf, also dieses Prozedere, was doch sehr viele Schritte halt erfordert und wo man natürlich auf der einen Seite wird es die Kritiker geben, die nicht ganz zu Unrecht sagen, dass es doch ein bisschen unbequem ist und das Nutzer halt doch sehr vor, man wird vor den Kopf gestoßen, weil man nicht versteht, dass man eben es erst einmal zulassen muss. Da muss man ja wieder zurück auf die Seite, da muss man nochmal Download. Also es ist so ein Hin und Her und so viel Hickhack und so viel Wissen wird auf deiner, auf der Seite des Nutzers wird viel Wissen vorausgesetzt, wie das funktioniert und wie er das macht. Ich meine, wenn man natürlich einmal einen solchen Store installiert hat, dann weiß man natürlich, wie dieses Spiel funktioniert. Aber bequem ist natürlich was anderes. Ja, und ich finde ja generell, die alternativen Marktplätze haben ja das Schicksal und das Los, dass sie ja sowieso erst einmal aufs Gerät generell kommen müssen beziehungsweise Bekanntheit beim Nutzer erlangen müssen. Sie werden ja selber aus dem App Store rausgehalten, also über den App Store kann man sie ja nicht installieren. Das heißt, man muss sie erst einmal kennen und ihre Website finden. Und sie müssen aufs Gerät gelangen. Da ist Apple ja mit dem App Store, der vorinstalliert ist, ab Werk ja schon mal generell in einer bevorrechtigten Situation. Was auch okay ist soweit, aber dann würde ich ja denken, ist es eigentlich Hürde genug, bis hin, dass ich mir so einen alternativen Marktplatz lade. Und ja, was ich jetzt so erlebt habe, also ich habe so gedacht, ich kenne viele, die würden daran wahrscheinlich verzweifeln und würden dann auch von diesem Vorhaben Abstand nehmen, wenn ihnen jetzt nicht wirklich ganz doll an einer bestimmten App da gelegen ist. Aber diejenigen, die da einfach mal reinschnüstern, wenn die so wie ich da hektisch jetzt übersehen, wo man das findet, dass man das freischalten kann, so mancher steigt dann wahrscheinlich aus und sagt, alles Schrott mit diesen alternativen App Stores. Ja, man muss schon eine hohe Motivation mitbringen. Also es muss tatsächlich, und das ist natürlich auch die Schwierigkeit für die Anbieter, die jetzt da auf den Markt kommen, dass die natürlich eine App oder Apps idealerweise mitbringen müssen in diesem alternativen Marktplatz, die Leute wirklich, wirklich, wirklich installieren wollen. Und es gibt, glaube ich, echt wenig Zugpferde. Also Delta als Nintendo-Emulator ist, glaube ich, so ein Zugpferd, definitiv. Also dafür gibt es eine massive Nachfrage in iOS auf dem iPhone. Das, glaube ich, kann man wirklich so sagen. Fortnite ist definitiv so ein Kandidat, um Leute dazu zu bringen. Also die Motivation ist da einfach hoch, diese App zu installieren und wieder sich aufs iPhone zu holen. Und dann wird es aber schon schwierig. Also dann musst du schon sehr große Kisten irgendwie auffahren oder sehr spezifische Sachen, um wirklich so einen Massenmarkt zu erreichen. Also das ist natürlich knifflig. Und bei L-Store ist es natürlich noch mal ein Schritt komplizierter, weil halt noch der Bezahlvorgang im Vorfeld dazu kommt. Über den sprechen wir ja auch später noch mal, warum der überhaupt da ist. Das ist ja auch so, dass andere alternative App-Stores wird man auch einfach so herunterladen können, ohne noch vorher halt ein Abo abschließen zu müssen. Aber das ist jetzt beim L-Store natürlich, beim L-Store eine zusätzliche Hürde, die halt noch mal das Ganze natürlich verkompliziert. Ja, also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass so Zugpferde vielleicht eben so wirklich die großen Chart-Apps in Frage kommen. Also wenn Meta zum Beispiel irgendwie mal sehr unzufrieden werden sollte über Apple und sie auf die Idee kommen, wir wollen jetzt unsere Apps der eigenen Gerichtsbarkeit unterlegen, dann wären sie vielleicht so ein geeigneter Kandidat, weil einfach die Leute sagen, ich will Instagram haben und dann würden sie sich auch diesen Store dann da entsprechend besorgen. Oder Spotify, unser Paradebeispiel, wenn es darum geht, mit Apple zu streiten in der EU. Auch die könnten ja durchaus versucht sein, da sowas zu machen oder diesen Weg zu gehen über den direkten Download der App. Also das ist ja alles vorstellbar. Aber ich gebe dir recht, also ohne ein Zugpferd ist das momentan relativ aussichtslos, dass so ein alternativer Marktplatz wirklich fußfest, weil einfach die Motivationslage muss wirklich sehr ausgeprägt sein. Ja, der Allstore hat halt neben Delta, also neben dem Nintendo-Emulator oder Game-Emulator, hat er noch ein zweites kleines Zugpferd, was zumindest für mich ein Zugpferd war, nämlich einen Clipboard-Manager, also einen Tool, um ein bisschen die Zwischenablage sinnvoller nutzbar zu machen. Und da haben wir uns auch schon, glaube ich, auch gerade bei der letzten Folge über iOS, über die Betriebssysteme, haben wir uns, glaube ich, auch gerade darüber unterhalten, dass zumindest für mich eine dieser Leerstellen, Fehlstellen in iOS und iPadOS eine fehlende Verwaltung der Zwischenablage ist, die einfach weder Apple macht noch irgendeinen Drittentwickler ernsthaft machen kann, weil es technisch nicht möglich ist. Und Clips macht das halt über so einen Umweg, der auch, naja, zweifelhaft ist irgendwie das falsche Wort dafür, aber um im Hintergrund halt weiterzulaufen, greift halt Clips auf den Standort zu. Und das ist dann der Weg, den Apple am Schluss für diese alternativen App-Laden abgenickt hat. Aber es ist natürlich ein ungünstiger Weg, weil das willst du, willst eigentlich nicht. Also Clips macht das recht sauber. Du hast dir verlangt irgendwie nicht deinen genauen Standort und versprich zumindest hoch und heilig, dass halt die Standortdaten nur auf dem Gerät verwendet werden. Aber das Problem ist halt, das Problem liegt hier auch bei Apple, weil Apple halt keinen sinnvollen Weg dafür zulässt, wie so ein Zwischenablagen, ein Clipboard-Manager arbeiten kann in iOS. Dafür gibt es keine Schnittstelle, es gibt keinen Weg und damit hast du halt das Problem, wenn du das möchtest, um eben mehrere Inhalte deiner Zwischenablage zu speichern. Also ich mag so viel Zeug, sei es halt irgendwie mal schnell eine Bankverbindung rauszukopieren, wo du dann halt am Schluss nur die IBAN brauchst, aber deine Banking-App liefert dir immer die kompletten Informationen. Das ist so ein Klassiker bei mir. Du gehst in die Banking-App und sagst so, ja kopiere hier deine IBAN, dann kopierst du die IBAN und dann kopiert aber die Banking-App deinen kompletten Namen, deine IBAN und noch die BIC hier oben drauf und du brauchst aber absolut nur die IBAN. Das heißt, du musst in die Notizen-App, dann musst du die IBAN da rauskopieren, musst immer hin und her und mit so einem Clipboard-Manager macht es das zumindest einen Schritt einfacher, weil der halt sich direkt speichern kann, was du in die Zwischenablage, was eben in der Zwischenablage landet durch den Kopiervorgang und dann kannst du mit diesem Text weiterarbeiten. Also es ist immer noch weit entfernt von einer optimalen Lösung oder einem Clipboard-Manager, wie wir ihn halt in macOS seit Jahrzehnten kennen. Aber ein kleines Schrittchen und das ist halt die zweite App, die es im Moment gibt. Mehr gibt es ja noch nicht im Alt-Store. Wobei diese App ja auch einen ganz interessanten Modus hat. Das ist auch, glaube ich, so eine Crowdfunding-Geschichte oder so. Das ist auch so ein Button, den wir aus dem App-Store, dem klassischen, ja überhaupt nicht kennen. Genau. Das zeigt auch gleich so die Andersartigkeit auf, die eben diese alternativen Marktplätze haben können im Gegensatz zu Apples App-Store. Das finde ich ganz interessant, dass das gleich so am Anfang eigentlich auch so diese Spielwiese, generell das Layout, auch dieses alternativen Marktplatzes, alles sehr bunt und verspielt. Also so ganz andere Akzente, die da gesetzt werden. Jetzt nicht so eine Copycat vom App-Store nach dem Motto grau, seriös, egal, wie wir das kennen. Finde ich eigentlich auch ganz witzig, so zum Anfang einfach, um mal zu sehen, was ginge denn noch so? Ja, das ist lustig, weil das ja tatsächlich eine Finanzierungs- oder ein Geschäftsmodell ist, was es im App-Store so halt nicht gab oder gibt. Also Clips funktioniert so, dass man bei Patreon, was ja einfach ein Dienst ist, praktisch für Leute, die Sachen im Internet anbieten und dafür halt einfach von der Community oder von begeisterten Nutzern halt Geld erhalten, auf, sagen wir mal, freiwilliger Basis. Ich glaube, so kann man das irgendwie sagen. Also du kannst einfach dir so einen Patreon-Account anlegen und sagen, ich mache tolle Wallpaper, ich erstelle Kunstwerke, ich mache Musik oder was auch immer man halt vielleicht macht und darüber halt an Leute und damit Leuten, die das sehr gut finden und sehr gerne halt anschauen oder hören oder eben nutzen wollen, von denen halt praktisch eine Finanzierung für diese Dinge zu bekommen. Und in dem Fall ist halt Patreon oder diese Patreon-Finanzierung an Clips geknüpft. Das heißt, man muss praktisch bei Patreon an den Entwickler halt Geld geben, spenden. Ich weiß nicht, ob spenden das richtige Wort dafür ist, aber halt sich einen Betrag halt da festlegen, der halt monatlich praktisch dann an den Entwickler geht und damit hast du dann Zug, bekommst du Zugang zu der App und der Zugriff auf die App kannst du herunterladen. Also das genau, das ist ja was, was wir im App Store absolut bis jetzt noch nicht völlig unmöglich ist, das so umzusetzen. Ja, aber interessant, dass die das dann gleich ausprobieren. Ich habe noch zwei Gedanken zu Clips. Das eine ist anknüpfend an das, was du gerade gesagt hast mit eben diesem Workaround, den Clips nutzt. Da sieht man natürlich auch die Grenzen, diese alternativen Marktplätze. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt eben alle Systemschranken ausgehoben werden und dann plötzlich Apps möglich sind, die vorher völlig unmöglich waren, wenn die Systemebene da eben ist, versagt. Und die versagt es ja weiterhin. Also das Betriebssystem iOS ist da weiterhin hermetisch abgeriegelt, Sandboxing ist aktiv und solche Sachen. Also wir werden jetzt da keine Apps sehen, die jetzt völlig das Ruder umreißen, was möglich ist auf dem iPhone, aber sehr wohl eben Apps. Und das ist ja, das zeigt ja diese auch sehr schön, die so ein bisschen in der Trickkiste wühlen und sag ich mal auch, ja wie du ja schon gesagt hast, grenzwertig in der Trickkiste wühlen, wo einfach der Nutzer, sag ich mal, schon irgendwie eine Kröte runterschluckt, im Sinne von Aufgabe von Schutz, Sicherheit, Datenschutz, potenziell dafür, dass er eine gewisse Funktionalität bekommt. Und da würde Apple wahrscheinlich eben im App-Review sagen, nee, nee, geht nicht, Freunde. Steht ganz klar in unserem Regelbuch. Und hier ist eben die Marktschance der alternativen App-Stores, dass sie das dann zulassen. Zweiter Punkt noch dazu, der Name. Also wir sind es ja bislang gewöhnt, es darf ja jeden Namen nur einmal geben. Und Clips ist ja nun gerade ein Begriff, der ja nun besetzt ist durch eine App, die wir auch von Apple kennen, also die mittlerweile ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, weil sie keiner benutzt, aber die es mal gab, die es immer noch gibt, womit man ja so Social-Media-Clips dann zusammenbauen kann. Und jetzt kommt das plötzlich im Gewand einer anderen App. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch noch für den einen oder anderen, der dann da nachher schnüstert in möglichen alternativen App-Stores, vielleicht für ein bisschen Verwirrung sorgen kann, dass dann Namen plötzlich eine ganz neue Bedeutung haben. Ja, das ist ein guter Punkt. Und es ist tatsächlich so, dass Clips auch bei mir in so große Vergessenheit geraten war, dass ich gar nicht mehr an Apples Clips gedacht habe, sondern einfach nur an Clips Clips im Sinne von dem Clipboard-Manager. Aber das ist natürlich völlig richtig. Und da werden wir sicher noch viel mehr Fälle im Laufe der Zeit halt sehen. Und das sind ja genau diese Punkte, bei denen Apple eigentlich gesagt hat, da greifen sie halt auch nicht mehr ein bei den alternativen App-Marktplätzen. Also die Sachen, die beiden Punkte, die du eben gesagt hast, die hängen ja miteinander zusammen und die sind beide sehr wichtig. Also der erste Punkt ist, es besteht weiterhin eben die Basisprüfung. Also Apps können nicht einfach frei auf deinem Gerät machen. Apps, die du aus einer anderen Quelle geladen hast, können nicht einfach frei auf dem Gerät machen, was sie wollen. Auch Clips, auch dieser Clipboard-Manager ist durch Apples Prüfung gegangen und musste auch bestimmte Auflagen sozusagen von Apple erfüllen, um dann wirklich zugelassen zu werden. und dann bist du, hast du weiterhin eine Basissicherheit, so wie du auch schon sagtest, dass du natürlich die Apps in diesem, in dem Gerüst nur arbeiten können, was ihnen iOS vorgibt und halt da nicht einfach sich wild austoben können. Also da sind wir weit von entfernt. Auf der anderen Seite halt manche Sachen wie eben Namen oder auch, dann kommen wir auch in die Richtung mit Copyright-Verletzungen und so weiter. Da wird es halt ein bisschen, also wo es halt um inhaltliche Dinge geht, wird es ein bisschen legerer sein in den alternativen App-Stores. Bei Copyright-Verletzungen kann man immer fragen am Schluss, ich meine, da wird irgendjemandem geschadet, aber ist es schädlich für den Nutzer? Also der Nutzer hat da, also ja, also da ist es, also der ist es zumindest, ich sehe das nicht als eine, das ist ja keine Sicherheitsbedrohung für den Nutzer, der geht, also ich meine, klar, vielleicht willst du halt lieber dem Originalgeld bezahlen als dem Klon oder so. Ich glaube, da kann man natürlich eine große Diskussion über viele Elemente führen, aber es ist sozusagen, unter Sicherheitsaspekten würde ich das nicht als eine Bedrohung für den Nutzer sehen. Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an und deshalb grätsche ich mal kurz rein, weil Apple da ja durchaus eben auch immer ambivalent unterwegs war. Sie haben ja eben nicht nur die Nutzer geschützt, sondern sie haben ja eben auch die Rechte anderer geschützt, die einfach entsprechend ihrer Policy dann eben wichtig waren und sich selber ja übrigens auch. Also das war ja auch mal wieder ein Kritikpunkt, der ja mal geäußert wurde, dass Apple ja eben so eigene Ideen und so und den eigenen Namen ja auch dann hermetisch schützt vor eben dann Mitbewerbern im eigenen App Store. Und das ist natürlich auch das Fund, mit dem diese alternativen App Stores dann wuchern wollen, dass sie, sie wollen diejenigen abholen, die sagen, die nicht konform gehen eigentlich mit Apples rigidem Regelbuch. Einerseits, was die Frage angeht, wie weit geht denn dieses Bemuttern, dieses Beschützen der Nutzer? Apple spielt ja eben sehr auf die Karte sicher und hat ja auch in der Einführung dieser DMA-Funktion sehr diesen Sicherheits- und Bedrohungsaspekt herausgekehrt, dass sie, ja, was ja auch teilweise richtig und plausibel ist, also dass sie ja ihr Regelbuch und ihre beschützende Funktion nochmal herausgearbeitet haben, aber zur Wahrheit gehört eben auch, es gibt ja längst schon eben Nutzer, die immer gesagt haben, nee, schön euer Regelbuch, aber im Sinne des mündigen, selbstständigen Nutzers will ich Risiken selber evaluieren. Es ist nicht jeder Nutzer so unkundig, dass ihr Apple für mich das entscheiden müsst und auf diese Schiene kommen ja diese alternativen App-Stores und wie gesagt eben auch mit, dass sie eben dann auch diese, ja, sagen wir mal heiligen Kühe Apples dann von der Weide getrieben haben. Ja, also das ist halt natürlich spannend, ob wir jetzt wirklich alternative App-Läden sehen werden, die praktisch vorrangig sich auf, sagen wir mal, Copyright-Verletzungen spezialisieren. Also ich glaube, dass Apple da immer noch sehr vorsichtig sein wird. Es gab offensichtlich schon einen Anbieter, der auch bei Apple angefragt hat und das hat Apple auch irgendwo erwähnt, der auch gerne einen alternativen App-Marktplatz eröffnen wollte und wo Apple dann gesagt hat, nee, du geh lieber weg, weil das irgendwie ein notorischer Verbreiter von irgendwie gecrackten Apps gewesen sein soll oder haben sie da irgendwas zu gesagt, also gibt offensichtlich, also da wird eine Nachfrage sicher entstehen danach und da sind, also da wird aber, glaube ich, wird es, glaube ich, dauern, bis Apple da auch, diese Kontrolle will Apple, glaube ich, auch nicht loslassen und kann man auch darüber diskutieren, ob sie die loslassen sollten, weil, ja. Ja, aber verstehe mich nicht falsch, also ich wollte jetzt nicht sagen, dass jetzt dann das Where's App-Stores jetzt um die Ecke kommen, aber wir sehen ja schon am Beispiel der Emulatoren, dass es ja eben so philosophische Fragen sind, wann ist eine App eigentlich problematisch? Also wenn die App selber keine Malware enthält, wenn sie eigentlich nur legale Funktionen macht, kann man sie verbieten, weil der Nutzer potenziell fragwürdiges Zeug damit runterlädt und da gibt es ja diverse Szenarien, die man sich vorstellen kann, wo eben das App-Review in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen rigider unterwegs war, also angefangen von der sogenannten Erwachsenen- Unterhaltung, die wir ja jetzt ja im App-Store bislang auch nicht vorfinden, wo es da auch ja so die Frage, klar, ich meine Jugendschutzfrage stellt sich da, aber es ist ja generell eigentlich nicht wirklich aus europäischer Sicht einzusehen, warum jetzt Apple da sagen sollte, nee, sowas gibt es hier einfach nicht auf eurem iPhone, dann müsst ihr über eine Website gehen, also das wäre zum Beispiel ein potenzielles Marktziel von so einem alternativen App-Store und genauso eben bei den Emulatoren sehen wir es ja Sachen, die Sachen dann runterladen, die fragwürdig sind, also ich sage mal, interessant wäre ja tatsächlich mal, wenn so eine Art ja, Bit-Torrent-Client oder sowas um die Ecke käme, der ja an und für sich erstmal funktionell unproblematisch ist, mit dem du aber ja jede Menge blödes Zeug machen kannst und die Frage ist dann, ob Apple dann das auch kommentarlos sich das angucken würde, wenn das in alternativen App-Stores da stattfindet, denn eine Möglichkeit haben sie ja immer noch, das ist vielleicht noch ganz wichtig an der Stelle, durch diese Notarisierung, sie gucken sich die App ja nicht nur einmal an, sondern sie haben ja auch das, sag ich mal, diesen Kill-Switch, wenn wirklich eine App sich als Mallware herausstellt, egal ob bei Ihnen oder eben in alternativen App-Stores, hätten sie ja immer noch die Möglichkeit, der die Notarisierung zu entziehen und damit aus dem Verkehr zu ziehen. Die Frage, die ich mir da nur stelle, ist, wie liefe das im Falle eines alternativen Marktplatzes ab? Würde Apple dann im Interesse der Gesamtplattform einfach sagen, wir ziehen diesen Kill-Switch oder würden sie das im besten Einvernehmen mit dem Anbieter machen und was wäre, wenn der Anbieter Epic wäre? Ja, da kommen wir dann in die wilden Geschichten, die wir vielleicht erleben werden und teilweise erleben werden und ich meine, diese Kill-Switch, das ist ja sowieso so eine Debatte, die auch immer mit iOS im Laufe der Jahre geführt wurde und es, ich, mir fällt jetzt aus dem Stehgreif gar kein Fall, also es gab mindestens einen Fall, meine ich, dunkel aus meiner Erinnerung noch zusammen zu bekommen, in denen Apple sicher mal dieses, zu diesem Weg gegriffen hat, weil der Punkt ist ja sonst natürlich einfach eine App aus dem App Store zu nehmen und damit halt den, den Vertrieb der App zu stoppen, aber mit dem Kill-Switch stoppst du ja praktisch, dass die App ausgeführt werden kann, also in macOS haben sie das definitiv schon mehrfach gemacht, soweit halt, wenn da wirklich irgendwie Malware-Geschichten bekannt wurden, aber es muss, das muss schon wirklich ernsthafte Schadsoftware sein, also da kannst du eigentlich nicht mehr mit ein bisschen Copyright und, und BitTorrent-Client, das ist alles viel zu harmlos, das muss wirklich schon, ernsthafte, solide Schadsoftware sein, die irgendwas Fieses auf den Geräten macht und wirklich eine, auch eine technische Bedrohung da ist, darstellt und, ich meine diese Copyright-Geschichte und da muss ich vielleicht Apple auch an die eigene Nase fassen, wenn wir in der Zeit sehr weit zurückgehen und an den iPod zum Beispiel denken, dass, der iPod hat durchaus davon profitiert, dass Leute sehr große MP3-Sammlungen auf ihren Geräten oder in iTunes hatten und diese MP3-Sammlungen kamen definitiv nicht einfach aus dem iTunes-Store und all diese Sachen sind so eine Selbstverständlichkeit oder nimm solche Tools wie Plex oder halt irgendwelche Video, also auch VLC oder so Video-Abspiel-Clients, kannst du sagen, sind immer irgendwo, da wird irgendwie Copyright-geschütztes Material abgespielt. Ja gut, aber das macht ja die Software ansonsten nicht deshalb automatisch illegal und ich meine, das ist ja so ein Streit, den wir natürlich auch im Web und schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten erleben und in der Branche natürlich auch, aber die wird halt, es ist halt am Schluss, ist es auch albern, dass Apple dieser Schiedsrichter oder Richter ist, der sich da hinstellt und sagt, ha, wir haben einen Copyright-Verstoß entdeckt, so ja okay, aber ich meine, ihr seid einfach irgendwie ein Konzern, der halt eure eigenen Interessen hat, warum muss Apple jetzt irgendwie da mithandeln, also ich meine, klar, also ich meine, es hat ja vieles einfacher gemacht und wir sehen die Diskussion im Moment ja auch in den USA wieder, gerade so im Kontext von Meta und Jugendschutz, dass da ja versucht wird, die App-Store-Anbieter, also in dem Fall jetzt hauptsächlich Apple und Google dazu zu bringen, zum Beispiel diese Jugendschutzgeschichten halt umzusetzen, weil die einzelnen Anbieter merken, es ist ein bisschen zu schwer geworden für uns, die Kinder da irgendwie aus unseren seltsamen Apps fernzuhalten oder halt diese ganzen Problematiken halt, wo, gut, in den USA ist ja eine riesen Diskussion irgendwie um Teenies und Social Media ist ja schon wieder entbrannt, ist eine andere Geschichte, aber ich weiß nicht, warum halt, also die App-Store-Betreiber sind halt in vielerlei Hinsicht dann plötzlich zu so einem, zu so einem, auch so einem Zug, also so einem Hilfssheriff halt geworden, die plötzlich halt auch bei Datenschutzverstößen eingreifen, die eingreifen, wenn halt irgendeine Regierung sagt, nehmt, jetzt hat man China jetzt gerade, schmeißt halt WhatsApp und Signal raus, sagt halt der Regulierer und dann schmeißt halt Apple die raus, in Russland haben wir diese Geschichten immer wieder natürlich und das sind, das ist halt schwierig und Apple hat sich selbst und Google natürlich auch mit dem Play Store, haben sich selbst in diese Situation natürlich gebracht, aber sie fühlen sich offensichtlich auch ganz wohl in dieser Machtposition und so richtig gut ist das ja eigentlich nicht. Ja, von staatlicher Seite ist es insofern interessant, weil man bemächtigt sich da einer Rolle, die man ja gleichzeitig kritisiert, also dass man Google und Apple vorgeworfen, dass sie eben diese Gatekeeper sind zum App Store, aber gleichzeitig nutzt man sie gerne und nimmt sie in die Pflicht, dass sie dann dafür sorgen, dass da Ordnung herrscht. Es ist allerdings, muss ich sagen, auch ein bisschen kompliziert jetzt mit der Frage, wie soll man Apps gewichten, wenn du erstmal anfängst, sage ich mal, über Recht und Unrecht zu entscheiden, denn, sag mal, aus der realen Welt mal gegriffen. Wenn ich jemandem ein Päckchen Zigaretten verkaufe, dann ist eigentlich relativ klar, dass das gesundheitsschädlich ist, selbst wenn er sie nicht anzündet, aber das Potenzial, das da drin steckt, es gibt keine alternative Verwendung, die mir gerade einfällt, die jetzt nicht gesundheitsschädlich ist. Wenn ich allerdings jetzt zum Beispiel einen, also Klebstoff, eine Rolle Uhu verkaufe, dann kann es ja eigentlich sein, dass jemand damit ein schönes Bild bastelt, aber es kann genauso sein, dass einer anfängt, daran rumzuschnüffeln und will ich dann Uhu verbieten, weil jemand dran rumschnüffeln könnte und das ist ja genau das, was wir bei vielen Apps so im Graubereich gesehen haben, dass man die ja eigentlich für, ich angefange jetzt wie mit dem iPod, du hättest natürlich auch deine CD-Sammlung dann eben dann rippen können, dein Eigentum sozusagen und ich glaube, dann bist du ja noch im grünen Bereich, was das Rechtliche angeht, dass du für dich selber eine Privatkopie anlegst, die du auf einem anderen Abspielgerät dann abfährst, aber ja, die Realität war halt die, dass ganz viele eben damals, gerade zu der Zeit eben riesige MP3-Sammlungen hatten, die sie sich bei Napster und Co. runtergeladen haben und eben nicht mehr wussten, wie sie die jetzt irgendwie sinnvoll mit sich herum transportieren und anhören können und da kam der iPod dann zur rechten Zeit. Also das ist so der Graubereich und wenn du erstmal anfängst, dann bist du halt natürlich drin in dieser Frage, wo ziehst du da die Grenze und man muss ja fairerweise sagen, beim Emulator, da gab es ja gerade dieser Tag auch eine sehr aufgerichtete Diskussion, im regulären App Store, wo ja nun dieser GB4iOS oder war das GB4iOS? Nee, IGBA hieß die App, die reinkam, die zurückgezogen wurde, weil sie GBA4iOS kopiert hat in ein Open-Source-Projekt, aber die Diskussion, und darauf wollte ich hinaus, war ja die, Apple hat den Emulator kassiert, weil man ja illegale ROMs von Nintendo damit laden könnte und da hat Apple ja relativ klar gesagt, nee, die ROMs sind nicht unser Problem, wir haben tatsächlich dieses Urheberrechtsproblem bei der App zum Anlass genommen, das heißt, sie haben ja schon recht deutlich angezeigt, dass sie da auch jetzt doch generöser unterwegs sind, wenn es darum geht. Was jetzt die Emulatoren angeht, ja, ja, das war ja genau, das ist ja auch noch ein Punkt, der auch ja wichtig ist, wir haben den jetzt irgendwie im Vorbeigehen schon erwähnt, aber das eben ja seit kurzem zum ersten Mal nach über 15 Jahren eben Game Game-Emulatoren auch retro, wohlgemerkt, retro Game-Emulatoren auch in den App Store dürfen, weil Apple halt, ja, interessant, natürlich und zeitlich vor allem interessant auch gemerkt hat oder bewusst, also ich meine, Apple muss offensichtlich auch bewusst geworden sein, okay, also diese Emulatoren lassen sich nicht mehr wirklich stoppen, ich meine, sie wussten ja sicher auch, dass der Alt Store natürlich in Arbeit ist, das ist ja Apple alles bekannt und dann haben sie die Konsequenz gezogen, halt zu sagen, ja gut, dann streichen wir jetzt auch global diese ja durchaus diskussionswürdig bis alberne Regel, dass halt Emulatoren generell verboten waren all die Jahre, was eigentlich absurd war, weil gut, ich meine, die Diskussion haben wir gerade schon gehabt, also warum und, aber weiß nicht, warum man eben die Software per se halt dafür blockieren musste all die Jahre, jetzt haben sie sich entschieden, das halt zu machen, dann hatten wir die Aufruhigung um diesen ersten Klon, der einfach offensichtlich irgendwie auch irgendwie so ein ganz besonders schäbiger Klon war, weil der hat ja einfach praktisch das Open-Source-Projekt genommen und da halt ein bisschen Apps reingeschüttet und das dann in den App Store gebracht und da muss man ja auch wissen, um diese ganze Geschichte irgendwie zu verstehen, dass ja dahinter derselbe Entwickler steht, also mit der, mit dem, mit der Vorlage, die da geklont wurde, dahinter steckt ja derselbe Entwickler, der eben jetzt Delta sowohl in den US-App Store oder außerhalb von der EU in den App Store gebracht hat, als auch mit seinem L-Store, den er ja auch selbst betreibt, halt auch in Europa jetzt anbietet und das ist natürlich sehr faszinierend zu beobachten gewesen, dass da an sich ein, und der wird doppelt vor den Kopf gestoßen gewesen sein, weil er ja erstens seinen L-Store starten wollte, zweitens Delta in den US-App Store bringen wollte und dann kommt halt dieser Klon als erstes in den US-App Store und greift halt die komplette Aufmerksamkeit und alles ab, das war schon, ist schon eine wilde Geschichte gewesen. Das kann man sich nicht ausdenken, wie, was für ein, was für ein Drama dieser Start in diesen alternativen App Store dann da war, ja. Ja, da kommen wir vielleicht zu der großen Frage und jetzt haben wir die technischen Seiten uns angeschaut, wir haben diese Copyright-Fragen uns angeschaut und jetzt kommen wir glaube ich zu einem dritten sehr entscheidenden Punkt in dieser ganzen Geschichte mit alternativen App-Marktplätzen und der ist die geschäftliche Seite und zwar nicht nur die geschäftliche Seite, wie du Apps jetzt verkaufen und vermarkten kannst, sondern die geschäftliche Seite im Verhältnis zwischen den Entwicklern und Apple, die sich natürlich auch auf die Nutzer auswirkt. Wir hatten schon gesagt, Allstore kostet einen, du bekommst Zugang zu dem alternativen App-Marktplatz nur, wenn du dieses Abo von 1,80 Euro im Jahr abschließt und der Grund dafür oder die Begründung dafür ist, der Entwickler muss für jeden Download dieses Allstore, der App des Marktplatzes, für jeden Download muss der Entwickler 50 Cent an Apple zahlen. Da sind wir bei der mit diesem wunderbaren Namen Core Technology Fee bezeichneten Gebühr, Apples neues Geschäftsmodell, spezifisch für die EU jetzt konstruiertes Geschäftsmodell für App-Anbieter angekommen und er muss halt, das heißt, er muss für seinen Allstore diese 50 Cent zahlen und er muss dann auch für Delta theoretisch ab einem gewissen Downloadmenge muss er auch für Delta diese Core Technology Fee an Apple zahlen, obwohl Delta ja eine kostenlose App ist und auch außerhalb der EU eben kostenlos im App Store angeboten wird und dann hatten wir natürlich auch die Frage, okay, jetzt hat er es in der EU, hat er ja Delta spezifisch nicht in den App Store gebracht, sondern nur in seinen eigenen alternativen App-Marktplatz und dann gab es schon irgendwelche Verschwörungstheorien, warum ist das jetzt so und dann manche haben irgendwie geglaubt, du darfst deine App nicht gleichzeitig im App Store und im alternativen App Store vertreiben, aber das ist nicht der Fall, du darfst Apps in allen Kanälen vertreiben, die du willst in der EU, du kannst die im App Store einstellen, du kannst die auch von deiner eigenen Webseite dann vertreiben, du kannst die zusätzlich auch noch in fünf alternativen App-Marktplätzen vertreiben, das ist alles legitim, aber das Problem aus der Sicht des Entwicklers war, dass dadurch, dass er diesen alternativen App-Marktplatz betreibt und seine Apps auch darüber natürlich praktisch Sideloading auf iOS anbietet, auf dem iPhone anbietet, muss er Apples neue Geschäftsbedingungen akzeptieren und wenn er Apples neue Geschäftsbedingungen akzeptiert, dann gelten diese auch für Apps, die er in der EU im App Store vertreibt. Das heißt, er hätte für Delta zusätzlich, der dann kostenlos im EU-App Store gestanden wäre, hätte er eben auch die Core Technology Feed zahlen müssen ab eine Million Downloads. Und zumindest von den Zahlen, die er aus dem Rest der Welt veröffentlicht hat, da haben wir gesehen, dass halt innerhalb von einem Tag oder so er schon irgendwie bei 1,4 Millionen Downloads von Delta gewesen ist, außerhalb der EU. Das heißt, Riesennachfrage, ich meine, das ist inzwischen seit fast einer Woche jetzt auf Platz 1 von den US-App-Charts, das wird zig Millionen mal geladen worden sein. Und wenn du dir vorstellst, für diese zig Millionen mal jetzt halt immer 50 Cent von zig Millionen mal zu zahlen, bist du plötzlich bei Beträgen, die sehr hoch sind, sehr schnell sehr hoch sind. Und wie gesagt, Delta selbst ist kostenlos. Er hat da natürlich auch ein bisschen diesen Patreon-Finanzierung drangebunden, aber die ist keine Voraussetzung. Das heißt, er verdient so ein bisschen Geld, ja, aber er verdient eigentlich nicht Geld, um irgendwie, sagen wir mal, 500.000 Euro oder eine Million Euro an Apple zu überweisen dafür, dass er halt einfach nur diese Downloads jetzt angehäuft hat. Aber es ist ja in vielerlei Hinsicht eine bizarre Situation. Also zuallererst mal, dass ja jetzt der Eindruck entsteht, oh, da sind alternative Marktplätze, die verdienen jetzt kräftig und in Wirklichkeit verdient ja jetzt zumindest bei diesem speziellen Store, den wir jetzt da haben, bei der Gebühr von 1,79 Euro pro Jahr zuallererst einmal Apple, weil es ja so ist, dass du ja pro Download pro Jahr ja auch diese Core Technology Fee entrichten musst. Das heißt, wenn jetzt im nächsten Jahr dann für Delta ein Update kommt oder auch der Alt-Store dann als, sag ich mal, Marktplatz-App ein Update bekommt, schon wieder muss dann Apple dann Geld entrichtet werden. Und das ist ja erstmal das eine Bemerkenswerte, dass Apple eigentlich ziemlich gut aussieht bei der ganzen Sache jetzt mit den alternativen Marktplätzen. Das Zweite ist, es ist natürlich ja schon aber motiviert gewesen, dass der Entwickler sagen wollte, ich möchte diesen alternativen Marktplatz haben, weil er hätte ja theoretisch auch einfach darauf verzichten können und hätte ja jetzt Delta, genauso wie es ein US-App-Store gebracht hat, ja weltweit in den App-Store bringen können als kostenlose App ohne die neuen Geschäftsbedingungen, dann hätte ihn das ja keinen Cent gekostet. Also da diese App ja App-Store geeignet ist per se, wäre das ja gegangen. Aber da er diese Pläne hegte, eben diesen alternativen Marktplatz zu machen, ist es ja, wie du es gesagt hast, dann in dem Moment war er in den alternativen Geschäftsbedingungen und in dem Moment hätte er dann eben auch in der EU im App-Store zahlen müssen, ohne diese Refinanzierung von diesen 1,79 Euro pro Jahr zu haben. Und das muss man sich ja erstmal alles so vergegenwärtigen, welche Zusammenhänge da bestehen. Ja, diese 1,80 Euro, die werden es halt gerade so, also vielleicht bleibt da noch ein bisschen was bei ihm hängen, ein paar Cent, aber ich meine, der hat Gebühren für Stripe, für den Dienstleister, über den halt das Abo abgewickelt wird. Achso, da müssen wir uns auch noch drüber unterhalten, weil das natürlich auch eine sehr interessante, ungewöhnliche Form ist und zeigt, dass natürlich jetzt auch wir sehr, eine sehr bequeme Zahlungswelt natürlich in iOS gewohnt waren, was jetzt Apps angeht, weil natürlich alles an Apples Kaufschnittstelle gebunden war und da hat man natürlich einmal seine Daten hinterlegt und eine Abrechnungsmethode, ich meine, manche werden wahrscheinlich, also inzwischen konntest du ja irgendwie, ja, Apple hat ja auch irgendwie Bezahlung über Handyrechnung, hatten sie zwischendurch mal, egal, was man auch immer gewählt hat oder einfach ganz klassisch eine Kreditkarte halt dahinter gehängt, dann war das natürlich sehr bequem, weil alles, was du im App Store bezahlt hast, du hast eine Einkaufsliste gehabt, du hast einen zentralen Punkt, um deine Abos zu verwalten und das hat natürlich Apple alles sehr einfach gestaltet, muss man sagen und sehr komfortabel aus Nutzersicht und jetzt ist es halt lustig, dass natürlich eben diese alternativen App-Läden auch die Möglichkeit haben, was ja eben auch sehr bequem ist, natürlich eine Zahlung zum Beispiel mit Apple Pay anzubieten, jeder weiß, wie bequem Apple Pay ist, also auch für Einkäufe im Web oder sowas, du musst ja praktisch nichts machen, außer den Apple Pay-Button zu drücken und nochmal dein Gesicht vor Face-ID oder halt Fingerabdruck Touch-ID zu halten und dann ist deine Zahlung letztlich bestätigt und du hast halt irgendwas gekauft oder hast was gebucht oder was abonniert, das ist ja super bequem, aber du hattest jetzt genau das Problem und das ist noch was, was bei Apple Pay noch relativ neu eigentlich ist, ein Abo mit Apple Pay abzuschließen und da stellte sich ja unmittelbar die Frage, okay, ich meine 1,80 Euro ist jetzt nicht irgendwie das höchste Geld der Welt, aber trotzdem stellte sich ja die Frage, wo ist denn jetzt dieses Abo? Also wo verwalte ich denn dieses Abo? Genau. Und du kannst ja vielleicht gleich nochmal schildern, weil du gesagt hattest, du hast dann auch zusätzlich Probleme mit der E-Mail-Adresse gehabt, das war ja leider etwas schwierig gestaltet, sagen wir mal so. Ja, vor allem, wenn man dann noch auf Nummer sicher geht, bei mir war es dann tatsächlich so, man muss ja eine E-Mail-Adresse angeben und hinterlegen und ich bin ja ein großer Fan dieses Mechanismus, dass man seine E-Mail-Adresse ja mit iCloud verbergen kann, dass man diese Auswahloption hat, dass man sagt, nämlich entweder aus meinem Bouquet an wirklichen E-Mail-Adressen oder erzeuge mir doch mal so eine Weiterleitungsadresse, die dann auf meine iCloud-Adresse geht. Das habe ich dann gemacht und wehnte mich sicher und als ich dann irgendwie nach einem Tag dann dachte, oh, das Abo sollte ich mal besser beenden, weil binnen eines Jahres vergesse ich das, also verlängern kann ich es ja immer noch, wenn das jetzt weiter interessant ist, aber ich cancel das immer erstmal bei solchen langfristigen Kisten und ja, erstmal musste ich dann darauf kommen, dass ich auf Stripe gehen musste, um da mein Abo zu managen, aber vor allem war das Problem, ich wusste meine E-Mail-Adresse nicht mehr, weil die nicht nirgendwo hinterlegt war und dann musste ich tatsächlich nachgucken in den Einstellungen für die iCloud, da kann man ja gucken, welche alternativen Adressen, dann Weiterleitungsadressen eingerichtet wurden, da musste ich aber dann bedenken, dass es nicht als Altstore abgespeichert war, sondern unter Stripe.com oder so und dann habe ich diese E-Mail-Adresse, Gott sei Dank hatte ich die noch so ein bisschen im Hinterkopf, wie die klang, habe ich die wiedergefunden und konnte mich dann einloggen, weil ohne E-Mail-Adresse kommt man nämlich nicht an diese Management-Einstellungen für das Abo dann heran. Ja, in der Tat, also ohne E-Mail- Adresse, ohne auf diesen, auf deine Account-Seite in Anführungszeichen bei Stripe zu greifen, bist du tatsächlich aufgeschmissen, um dieses Abo im Moment zu kündigen und in Altstore, in der App selbst gibt es auch keinen Button, also ich bin mal gespannt, da wird er sicher noch irgendeine komfortablere Lösung, glaube ich, für finden. Im Moment kannst du es dann halt über die Webseite, da ist jetzt, glaube ich, ein Link ist nochmal mehr mit eingezogen, wo steht hier Abo verwalten oder sowas. Also das, man merkt natürlich, dass jetzt viele Sachen, die so frisch sind, der ist ja jetzt praktisch der Erste, wenn du so mehr oder weniger, der damit startet und dann zusätzlich noch eben dieses Abo-Modell drangeknüpft hat und das sind schon viele Probleme. Im Moment gibt es wohl auch noch das Problem, dass Leute versucht haben, den Altstore halt auch noch auf einem anderen iPhone, auf einem anderen eigenen iPhone zu installieren und das scheint auch nicht funktioniert zu haben, obwohl das eigentlich gehen müsste. Du kannst ja diese App eigentlich einfach auf all den, aber das hat auch irgendwie nicht funktioniert. Der Download hat nicht funktioniert. Das scheint ein technisches Problem zu sein, was entweder bei Apple oder auf Altstore-Seite liegt. Keine Ahnung. Also da wird irgendwas noch gefixt werden müssen. Ich bin auch in ein Problem reingeraten, als ich nämlich wollte was ausprobieren beim Runterladen von Delta und habe den Download gestartet und dann abgebrochen über diesen neuen Informationsansicht, die Apple ja automatisch auch vorschreibt und einblendet für diese alternativen App-Läden und habe den, in dem Moment, in dem ich den abgebrochen hat, ist diese, die App in so einen Limbo-Status geraten. Die ist jetzt nicht auf dem Gerät installiert, sodass ich sie nicht löschen kann, aber der Altstore glaubt, ich hätte sie installiert und ich kann sie da halt nicht öffnen, weil sie nicht installiert ist und das System, also der Altstore sieht's nicht und das Betriebssystem hilft mir auch nicht weiter und ich kann halt die App im Moment einfach nicht installieren. Weiß nicht, wie viele Leute da reingerannt sind, ob ich da in irgendeinen sehr obskuren Bug gerannt bin, aber es sind halt solche Sachen, die im Moment einfach noch nicht, nur nicht zu 100 Prozent sauber laufen. Ja, man muss ja auch bedenken, diese ganzen, diese ganzen APIs, die die Apple da rausgebracht hat und die von den Entwicklern implementiert werden müssen, die sind ja alle nagelneu. Also diese Möglichkeit, das App-Management als Entwickler selber vorzunehmen, zu installieren, auch wenn ich mir angucke, in diesen APIs, diese Update-Routinen, die es da gibt, wird sie auch noch zeigen, wie das erstmal ist, wenn die ersten Updates für die Apps kommen, ob die zum Beispiel sich wirklich im Hintergrund installieren. Nicht, weil ich jetzt Zweifel, dass Apples APIs funktionieren, sondern weil es schlichtweg ja auch die Implementierung durch die Entwickler und ihre Marktplätze ist, die funktionieren muss. Und denen muss man ja zugute halten, dass sie jetzt wirklich ganz neu angefangen haben. Apple hat jetzt x Jahre Know-how im Umgang mit einem App-Store und den ganzen Hintergrundprozessen und für die Entwickler, die ja auch von, sag ich mal, unterschiedlicher Kenntnis auch sind und Größe, wird das natürlich eine ganz große Herausforderung sein. Und das wird sicherlich auch nochmal ein Thema sein, was die Diskussionsspalten dann bewegt, dass dann viele dann auch von erbost bis verwundert sind, dass da eben so Dinge sind, die man eben aus dem App-Store gar nicht kennt. Ja, und wir werden viele Grenzen oder kleinere Fälle haben, die Probleme bereiten, halt gerade mit der Apple ID, die zu einem anderen Land zugeordnet ist. Oder du bist länger auf Reisen, Apple hat ja diese 30-Tage-Frist, also wenn du 30 Tage außerhalb der EU bist, bekommst du keine Updates mehr und dann werden die Updates überhaupt richtig angeboten und ausgeliefert, wie du gerade schon sagtest. Also da sind noch viele Fragezeichen auch und da werden wir auch viele sicher Erfahrungsberichte sehen, wo Leute in Probleme rennen, früher oder später an der einen oder anderen Stelle. Ich glaube, das kommt einfach mit sich, weil dafür ist das Ganze wirklich noch zu frisch und auch in vielerlei Hinsicht auch experimentell. Also da muss man, ich glaube, das muss man einfach akzeptieren im Moment, wenn man damit das ausprobieren möchte und herumspielen möchte. Das ist halt alles, ja, kann man in irgendwelche kleineren Problemchen sich hereinrennen. Ja, vielleicht muss man vor dem Hintergrund auch alles so ein bisschen relativieren, diese Aufgeregtheiten jetzt, dass der Rechtsrahmen auch noch so in Frage steht. Das ist ja so, dass ja die EU ja auch untersucht, ob jetzt Apples Compliance zum DMA wirklich jetzt dann ausreicht. Es riecht doch sehr stark danach. Wir haben ja jetzt in den vergangenen Wochen schon etliche Änderungen und Nachbesserungen gesehen, dass wir binnen Jahresfrist jetzt auch noch mal da sehen könnten, dass sich da was ändert. Sei es jetzt im Background, also dass diese Kerntechnologiegebühr vielleicht noch mal gesenkt wird, weil sie als nicht statthaft angesehen wird in der Höhe. Sei es aber auch, dass wir technisch noch mal neue Möglichkeiten bekommen oder Dinge verschlankt werden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass dieser Installationsprozess für die alternativen App Stores jetzt erst in das Blickfeld der EU gerät und dass man da auch noch mal Rückfragen an Apple hat, ob das wirklich so sein muss und dass dann eben Nachbesserungen sind. Also man kann schon sagen, glaube ich, wir sind jetzt echt in so einer Pionierphase und da muss man ja vielleicht auch ein bisschen gnädig sein mit allen Beteiligten, damit sich das erst mal einrütteln kann. Und dann wird spannend zu sehen sein, was denn nach einem Jahr davon übrig geblieben ist oder was da sich daraus entwickelt hat aus dem Ganzen. Ja, ich habe es ja gerade in einem Stück für heise online geschrieben. Also dieses, für mich ist es schon so, dass es, dass iOS plötzlich sehr spannend wieder geworden ist nach vielen Jahren, die das Betriebssystem und die Plattform furchtbar statisch war. Ich meine, es hat alles gut funktioniert und es war alles bequem und komfortabel, aber damit hat sich so eine gewisse, gewisse Lahmheit eingeschlichen und es ist nicht mehr viel super Interessantes halt passiert. Und ich hoffe zumindest, dass das der Plattform insgesamt auch einfach nochmal eben dadurch eine Dynamik einhaucht, die wir halt so jetzt schon lange nicht mehr gesehen haben. Ob das dann am Schluss alles besser macht, steht noch auf einem anderen Blatt, glaube ich. Aber es passieren Dinge, die ich auf jeden Fall für spannend erachten würde. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass in hohem Maße auch indirekte Effekte zu spüren sein werden, weil es was jetzt losgeht, ist ja so ein Kampf der Mitbewerber gegen Apple, dass sie überhaupt erst mal die Leute dafür begeistern, aus dieser aus dieser abgeschotteten, also dieser heilen Apple Welt mal auszutreten und zu sagen, ich probiere mal was Wildes auf meinem iPhone. Ich installiere meinen alternativen Marktplatz. Ich probiere das mit diesen Apps mal raus. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, da müssten die Apps ja eigentlich interessant genug erscheinen, dass man das auch auf sich nimmt, dass man das dieses Risiko eingeht. Das muss aber gar nicht mal so ein riesen Massenphänomen sein. Aber ich glaube, wenn es einfach eine kritische Masse erreicht, wird das auch Auswirkungen auf Apple haben. Also ich kann mir auch indirekt vorstellen, dass die App Store Regeln sich weiter verändern werden. Wir haben es ja jetzt schon gesehen, wie Apple ja einige Dinge, die einfach so jahrelang in Stein gemeißelt schienen, auch zum Beispiel die Nutzung von Cloud Gaming Diensten. Rückblickend fragt man sich ja, warum haben sie es nicht generell einfach freigegeben, wenn es kein Problem ist, das weltweit mal eben freizugeben. Also Apple hat sich da an mancher Stelle ja schon selber hinterfragt in der Folge durch die neuen Gesetzgebungen und wird es vielleicht auch durch die durch die Marktentwicklung, die jetzt folgen werden, auch tun, dass weil sie bei ihnen ihr größtes Interesse ist ja, dass die Leute gar nicht erst alternative App Stores installieren, dass es so uninteressant und unattraktiv wirkt, weil alles, was Apple bietet, ja auskömmlich ist. Das ist ja Apple Ziel und das können sie nur erreichen, wenn sie jetzt genau hinschauen, was da an positiven, interessanten und gut ankommenden Akzenten gesetzt wird und dann eben das übernehmen. Und im Endeffekt hast du recht, dass dadurch wird iOS wieder deutlich spannender, weil einfach dieser, sag ich mal, diese leichte, dieser leichte Druck, der da auf Apple jetzt dann lastet, der fehlte jetzt ja zuletzt, den gab es ja in dem Maße nicht, außer jetzt vom Konsumenten selber. Ja, Apple wird da immer anführen, dass sie natürlich unter extremen Wettbewerb durch Android und andere Smartphones stehen, aber aus meiner Perspektive hatte Apple per se überhaupt keinen Wettbewerb, weil halt auf der eigenen Plattform kein Wettbewerb zulässig war. Und das hat, glaube ich, so viel einfach absolut vom Fleck weg ausgebremst und nicht möglich gemacht und dass Leute dann in Scharen deshalb so, ich meine bei Android Emulator, Android Nutzer können ja echt nur schmunzeln, wenn die sich diese Geschichten jetzt bei uns verfolgen und lesen und denken sich, ja gut, zu Game-Emulatoren so, ruf mich an, wenn irgendwie 2014 vorbei ist oder so. Also das sind irgendwie Sachen aus einer ganz anderen Zeit, die so selbstverständlich irgendwie auf einer anderen Plattform sind und die so unmöglich gewesen sind in iOS, einfach nur, weil sich Apple halt quergestellt hat und weil der Druck halt nicht ausgereicht, weil Leute nur wegen Game-Emulatoren dann auch nicht unbedingt die Plattform gewechselt haben, sondern die, die es dann wirklich wollten, die haben es dann natürlich auf dem iPhone irgendwie per Side-Loading installiert. Das war halt mit Hickhack, es ging irgendwie und damit war es okayisch und der Rest hat es halt vielleicht einfach gesagt, ja gut, dann verzichte ich halt auf den Game-Emulator. Also das ist halt und es ist halt schade. Ich meine, Game-Emulatoren kann man jetzt so ein bisschen als so, ja, okay, ist jetzt irgendwie nicht so spektakulär abtun. Aber ich meine, das sind so viele andere Sachen ja auch, die im Hintergrund schlummern. Virtualisierung ist zum Beispiel so ein Thema. Warum, warum kann ich nichts virtualisieren auf meinem iOS, auf meinem iOS-System, auf meinem iPhone oder iPad zum Beispiel? Warum? Also ich meine, das ist, da kannst du dich doch auf den Kopf stellen. Das macht doch die Plattform unter dem Strich schlechter und für mich als Kunden und als Nutzer und das, deshalb hoffe ich, dass wir da jetzt schnelle Schritte sehen, dass da zumindest ein bisschen Druck ist. Und wenn dann am Schluss Apple sagt, ja, okay, jetzt streichen wir all die albernen Vorgaben für den App-Store, dann ist ja auch, ist für die Nutzer am Schluss ja auch was gewonnen. Auch für die, die jetzt mit den alternativen App-Marktplätzen und so weiter gar nichts zu tun haben wollen, was ich auch verstehen kann, wenn man da sagt, ja, brauche ich nicht. Dann habe ich aber trotzdem vielleicht den Vorteil auf die nächsten Monate und Jahre gesehen, dass halt eben Wettbewerb, Konkurrenz reingekommen ist und Apple von einige Sachen in seiner eigenen Strategie mal überdacht hat, was also in Hinblick auf die Vorgaben im App-Store überdacht hat und da entsprechend nachbessert. Also da darf man sich auch nichts vormachen. Der Alt-Store, so wie wir ihn jetzt vorfinden, ist für Apple ja lachhaft, weil am Ende ist das halt eine Nische, die da bedient wird und allenfalls, was sie mitnehmen können, ist vielleicht Impulse fürs Design oder die Frage, ob man noch irgendwie auch Crowdfunding oder sowas in irgendeiner Art und Weise irgendwann mal implementiert. Ich meine, Apple hat ja solche Ideen auch mal gerne mal angenommen. Man denke nur an die Podcasts, wo sie auch ja so ein Premium-Segment dann irgendwann reingezogen haben. Also ich glaube, dass durchaus in Cupertino sowas auch als interessantes Experiment gesehen wird, sich mal anzugucken, wie entwickelt sich das denn und vielleicht dann irgendwann zu sagen, hey, ist vielleicht auch für uns eine Idee. Auf eine andere Art und Weise, aber auf jeden Fall die Grundidee kopieren. Schwierig wird es für Apple erst, wenn tatsächlich bestimmte Segmente jetzt Gebrauch machen von diesen Möglichkeiten. Da sehe ich ganz klar, dass das ganze Enterprise-Umfeld, weil du gerade sagtest, so wie der Virtualisierung und so weiter. Da kann es natürlich Begehrlichkeiten geben, die momentan durch die App-Store-Regeln verhindert werden und wo sich dann anbietfindige Anbieter finden, die über diese Schiene kommen und sagen, hey, wir machen es möglich. Und dass Apple da dann sagt, nee, Moment mal, Unternehmenskunden wollen wir jetzt nicht verlieren. Ich meine, per se werden ja viele Business-Kunden erst mal alternative App-Stores wahrscheinlich dann über ihr Mobile-Device-Management sperren lassen, weil einfach da zu groß die Gefahr ist, dass da Schindluder getrieben wird. Aber wenn da eben interessante Anbieter sind, kann das plötzlich sich dann doch irgendwie umkehren. Und der zweite Punkt, der natürlich für Apple die Alarmglocken schrillen lassen könnte, ist, wenn aus diesem Must-Have, die Top 20 des App-Stores da Player jetzt in irgendeiner Weise wirklich aktiv werden und dann da Leute massenhaft auf ihre Seite ziehen wollen mit irgendwelchen Dingen. Im Moment fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, was das sein könnte. Aber die allermeisten sind ja keine App-Abenteurer. Die allermeisten haben ja wirklich diesen Standardsatz. Man sieht ja immer diese meistgeladenen Apps und das ist ja todlangweilig, weil einfach das ist so ein Grundrüstzeug. Und wenn da Namen losgehen und jetzt mit Apple in einen harten Wettbewerb dann da treten, dann wird es natürlich interessant, wie das ausgeht. Ansonsten, also so, ich sehe das Ganze ehrlich gesagt nicht so dramatisch wie Apple, das immer manchmal skizziert. Ich glaube, am Ende geht Apple in vielerlei Hinsicht wieder als Gewinner aus der ganzen Nummer raus. Einerseits monetär, wir haben ja schon skizziert, weil sie durch diese Gebühr, egal wie hoch sie am Ende bleibt, mitverdienen werden trotzdem. Also ihnen geht nicht der Umsatz. Und zweitens, weil sie sich da auch viele wertvolle Impulse rausziehen können, wenn sie es geschickt anstellen. Ja, ich glaube, die zwei großen, also ich meine, die geschäftliche Seite ist für, also die Provisionsseite, die wir jetzt in der Kerntechnologiegebühr haben und halt auch überhaupt in dem Provisionsmodell, auf dem ja Apple beharrlich drauf bleibt. Also das sind die Kernpunkte und nicht nur die Kerntechnologiegebühr, sondern auch die Kernpunkte für Apple, dass sie dafür bezahlt werden wollen, dass App-Anbieter und Entwickler auf ihrer Plattform präsent sind und irgendwie Commerz auf ihrer Plattform machen. Da will Apple mitverdienen und da wollen sie auch in Zukunft mitverdienen und da werden sie auch wahrscheinlich sehr beharrlich für kämpfen. Wir werden jetzt sehen, wie die EU da manövriert und da wird einiges schon beleuchtet und diese Geschichte ist auch mit Spotify noch offen. Darf Spotify nach außen verlinken? Ja, das ist so. Apple sagt, natürlich darf Spotify jetzt nach außen verlinken, aber es muss halt trotzdem Provisionen an uns bezahlt werden und das ist natürlich, dieser Kampf, der ist gerade, der hat gerade erst richtig angefangen. Der ist ja auch in den USA am Laufen, weil da ja mit Epic dieselbe Debatte praktisch ist, dass sie diese Vorgabe, dass Apps eben nicht nach außen verlinken dürfen, aufgegeben haben, weil die ihnen da auf die Finger geklopft wurde. Aber sie bleiben halt dran, dass egal wie die Apps halt verlinken und wohin sie verlinken und wo der Kunde dann bezahlt, am Schluss trotzdem Apple halt plus minus so und so viel Prozent halt Provision davon halt einstreichen möchte und wenn das aus der App heraus angestoßen wird und ich glaube, da bleiben sie beharrlich drauf. Und das Zweite, was glaube ich bei Apple so eine Ur- und Grundangst ist, ist, dass jemand anderes, ein anderer großer Anbieter kommt und praktisch diese Betriebssystem, diese Plattform für sich mit einer Zwischenschicht übernimmt, die er oben drauf baut. Das ist dieses Schlagwort Super-Apps, was wir in Deutschland irgendwie nicht so richtig kennen, aber dass halt ein großer Anbieter praktisch alles in seiner App versammelt und damit letztlich iOS so ein bisschen überflüssig macht, sondern dass halt nur diese darüber gelagerte Schicht plötzlich relevant ist. Das war auch damals die alte Geschichte mit Flash. Also auch vor Flash hatte Apple sehr viel Angst, auch aus dem Grund, dass das irgendwie eine seltsame Zwischenschicht ist, wo sie keine Kontrolle mehr drüber hatten und die halt irgendwie auf ihrem Betriebssystem, das Betriebssystem so ein bisschen, ich meine, bei Flash konnte man nicht sagen, dass es das Betriebssystem überflüssig macht, aber ich glaube, man bekommt die Idee, die dahinter steht, ist eigentlich dieselbe und das haben sie auch mit durch diese App-Store-Regeln verhindert. Und da Virtualisierung spielt da auch ein bisschen mit rein. Und auch Game-Cloud-Streaming, wie wichtig ist halt dein Gerät noch, wenn du sowieso die Spiele einfach aus der Cloud dir holst und die gar nicht mehr lokal auf dem Gerät sind, während bei Apple immer alles idealerweise lokal und nativ, als native Apps läuft. Also das sind, glaube ich, die großen Kernsachen, an die sie sich klammern werden und die halt jetzt auch die Zukunft der Plattform mitentscheiden. Und solange sie darüber die Kontrolle behalten, glaube ich, wird vieles andere, ist, glaube ich, Apple durchaus in der Lage eben auch zu ändern oder auch zurückzunehmen. Aber diese Provision und wir wollen nicht, wir wollen die Kontrolle über unsere Plattform nicht verlieren. Die Kontrolle vor allem. Also ich glaube, die Kontrolle ist, ist das A und O bei Apple. Und man muss ja auch sagen, das hat ja auch diesen, das hat ja auch sehr zum Erfolg dieser Plattform beigetragen. Also da Apple ist aus dieser, aus dieser Situation, in der sie waren, als die Jobs zurückkamen, sind sie ja gerade deshalb herausgegangen, weil sie sich extrem, also extrem in die Kontrolle gekommen sind, über sich selber ihre Produkte, dass sie diesen Wildwuchs da beendet haben und ein sehr klares, sehr klares Line-Up hatten, bis hin aber auch, dass sie das Produkt bis zum Kunden, mit allen, die damit noch hineinwirken, auch unter Kontrolle gehalten haben. Das Problem ist nur über die Jahre gesehen, dass Apple eben heute einen ganz anderen Einfluss, eine ganz andere Marktmacht hat, als zu der Zeit, als Steve Jobs damals angefangen hat, mit iMac und iPod dann loszulegen. Und dass Apple jetzt in einer Situation ist, wo sie eben konfrontiert sind mit staatlichen Akteuren, die sagen, hey Apple, so geht es halt nicht weiter. Also ihr hättet euch eigentlich längst in der Frage ein wenig hinterfragen müssen und weiterentwickeln müssen. Wenn ihr es nicht macht, dann machen wir das jetzt über Gesetzgebung. Und jetzt und das ist etwas, wo man ja eben auch merkt, das behagt ihn in keiner Weise. Egal, ob das jetzt diese Klage ist in den USA vom Justizministerium oder eben dann die EU mit dem DMA, weil beide, beide fassen ja das Gleiche an, nämlich diese, diesen Kernimpuls von Apple, die Kontrolle über die Dinge behalten zu wollen und beide verlangen von ihnen etwas loszulassen. Ja, wobei tatsächlich, je nachdem, wie sehr diese US-Klage weiterkommt, ich die eigentlich für bedrohlicher empfinde, weil die diese Grundideen, dass du als Plattformanbieter halt irgendwie auch andere Geräte integrierst und so weiter, geht die noch viel schärfer an als der Digital Markets Act, der so relativ nüchtern ist, der einfach sagt, ja, du musst halt alternative App-Läden zulassen, wo ich sage, so, ja, eigentlich, eigentlich, hört sich eigentlich ganz sinnvoll an und halt anderen Anbietern, die auf deiner Plattform präsent sind, halt auch Möglichkeiten, dieselben Möglichkeiten zur Verfügung stellen, die du auch hast. Aber die US-Klage, die geht ja dahin, dass diese Integration, die auch viele Apple-Nutzer, glaube ich, sehr schätzen, einfach von dem, dass die praktisch schon angegriffen wird und als wettbewerbswidrig, zumindest so unterschwellig bezeichnet wird. Und da fängt es dann an, für Apple wirklich schwierig zu werden, weil das sind ja ihre letztlich allein, oder bis zu einem gewissen Grad Alleinstellungsmerkmale, die sie ja abheben vom Rest der Branche. Und ich meine, die Rest der Branche kopiert da ja auch schon wieder viele Sachen, das sehen wir ja, dass jeder hat seine eigenen Headphones, jeder hat seine eigene Smartwatch, die halt um das Ökosystem rumgesponnen wird. Und der Ansatz war halt einfach von Apple, der war sehr clever, alles aus einer Hand zu liefern, Hardware, Software, Dienste obendrauf und damit das halt aufeinander abzustimmen. Und da hat die Branche lange Zeit drüber gelacht, weil halt das, das Wintel-Modell halt so erfolgreich war, dass halt viele verschiedene Anbieter halt, einer liefert das Betriebssystem und der Rest baut irgendwie Hardware in verschiedenen Formen und es gibt super Innovationen, weil da ist halt Konkurrenz und so weiter. Und bei Apple war es alles so ein bisschen langsamer. Und dann, trotzdem haben sie dann gemerkt, dass das natürlich spätestens dann mit den Mobilgeräten war, dass halt das, das beherrschende Modell, was wir jetzt halt die letzten 15 Jahre gesehen haben, seit halt letztlich das iPhone auf dem Markt kam. Also ich gebe, ich gebe dir definitiv recht, was die Klage angeht. Ich denke auch, wenn die sich in entscheidenden Punkten durchsetzt, dann ist das für Apple wesentlich gefährlicher als alles das, was die EU macht, weil die EU, und das ist das Interessante, wie sich da Geschichte für jetzt plötzlich umgedreht hat. Vorher haben die Amerikaner ja etwas lästerlich über die Europäer gedacht und über ihre DMA und wie sie versuchen, dann die Tech-Konzerne da zu kanalisieren. Aber dem DMA wohnt ja immer noch ein Grundrespekt vor dem Geschäftsmodell und der Leistung der Tech-Konzerne inne. Es geht ja eigentlich nur darum, eben da Wettbewerbsräume zu schaffen, wie das im Einzelnen passiert und ob das immer so klug gestaltet ist. Die Kritik ist absolut zulässig und in vielen Punkten auch unterstützungswürdig. Aber grundsätzlich erstmal ist der Geist, der dem inne wohnt, kein destruktiver, im Sinne von wir zerschlagen jetzt was, sondern es geht ja um die Frage, wie machen wir weiter ab diesem Punkt, wo eine gewisse Größe erreicht ist. Und ich sag mal, in einer idealen Welt könnte das, was die EU da geschaffen hat, wenn sie es jetzt noch ein bisschen perfektioniert, eine Art Blueprint sein, wie es für Apple auch global weitergeht. Also, sag mal, Impulse aus dieser Teilöffnung und dass sie manches überdenken, könnten auch ja letzten Endes ja zur Befriedung in den USA dann beitragen, wenn die amerikanischen Ankläger denn tatsächlich es darauf anlegen, dass oder die die positive Absicht haben, dass Apple da rausgeht und sich nicht völlig verliert in dem, was sie sind. Weil momentan, also ich lese diese Klageschrift auch so ein bisschen mit dem, mit dem Duktus. Erstens mal geht es ja sehr stark darum, wie kommt man aus Apple wieder raus, was ich auch schon irgendwie schwierig finde. Das ist ja überhaupt nicht verbraucherorientiert, der Ansatz, der da ist. Also es wird ja nicht für die Verbraucher besser, die bei Apple drin sind, sondern es geht eigentlich nur um die Frage, wie komme ich da raus? Das weiß ich auch nicht. Das finde ich einen schwierigen Ansatz und letzten Endes stellt es ja wirklich alles in Frage und das, das könnte in der Tat sehr schwierig werden. Ja, oder es macht halt am Schluss, also dieses Ziel, alles austauschbar zu machen, weiß nicht, ob damit dann am Schluss auch dem Markt gedient ist, zwangsläufig. Also diese Idee, dass du einfach halt eben, als ob irgendwie die, als ob die Lösung für das Problem wäre, dann mehr Super-Apps zu haben, weil dann haben wir einfach, haben wir diese tollen Super-Apps, aber dann ist da auch keine Konkurrenz, weil halt eine Super-App alles unter ihrer Kontrolle hat und irgendwie Apple und Google egal sind als Betriebssystemhersteller, weil du einfach nur diese App brauchst, um halt alles zu machen, was du machen möchtest. Aber ist damit jemandem gedient? Du hast ja einfach die Konkurrenz, diese Wettbewerbsproblematik einfach eine Stufe nach oben verlagert, anstatt die halt dort zu haben, wo wir sie jetzt haben. Also diese US-Klage ist in so vielerlei Hinsicht auf jeden Fall skurril. Da sind natürlich auch wahre Elemente drin, aber unterm Strich, also ich bin sehr neugierig, wie sie sich, wie die sich jetzt entwickeln wird. Das wird ja ein langer und langsamer Prozess sein, während wir jetzt in der EU ja schon sehr konkrete Auswirkungen haben. Aber ich denke, die sind auf jeden Fall für Apple klar managebar und ich sehe viele von den Entwicklungen eigentlich für die Plattform als Nutzer, sehe ich für die Plattform eigentlich eher positiv unterm Strich oder zumindest können, kann positive Impulse. Also ich würde schon sagen, die haben jetzt schon positive Impulse gesetzt, weil diese Geschichten mit wir lassen halt Game Emulatoren in den App Store hätten wir sonst jetzt auch einfach nicht gesehen. Die wäre einfach nicht passiert. Ja, ja und in vielerlei Hinsicht sehe ich die Punkte auch als unschädlich an, wenn sie jetzt, wenn sie nicht greifen, dann werden sie als Potenziale brach liegen. Mehr kann dann nicht passieren. Also wenn alternative App Stores sich nicht durchsetzen, weil die Nutzer sind ja letzten Endes wirklich in der Regie darüber zu bestimmen, wie diese Apple Welt sich weiter gestaltet. Also wenn jetzt eine größere Zahl davon gebraucht wird von alternativen App Stores, dann wird das eine Nummer sein. Wenn aber diese allgemeine Ablehnung, die man bislang übergelesen hat, tatsächlich auch mehrheitsfähig ist, ja, dann gibt es halt Gesetze, die Apple vorschreiben, dass sie Alternativen zulassen müssen, von denen aber keiner Gebrauch macht. Und also insofern finde ich, dass auch der DMA wird manchmal in seiner Schwere auch ein bisschen zu groß gezeichnet. Also das, weil er wirklich einen Grundrespekt für das Ecosystem des Herstellers immer noch da lässt. Also allein die Tatsache, dass Apple mit diesen, dass das Apple weiterhin ist ermöglicht, dass man in dieser abgeschotteten Welt bleibt, ist ja alleine eben dann ein Fingerzeig, dass eben das nicht so rigide ist, dass es dann definitiv vorschreibt. Du musst zum Beispiel alle alternativen App-Stores auch dann gleich automatisch mit installieren ab Werk oder so. Das hätte man ja auch jetzt sagen können oder irgendwie ein Auswahl-Dialog, der dann irgendwie aufpoppt wie beim Browser, wie bei Safari, wo man dann alle angezeigt bekommt. All das findet ja nicht statt. Also diese alternativen App-Stores müssen für sich selber trommeln, wie in einem echten, ja, wie in einem echten Wettbewerb, müssen auf sich aufmerksam machen, müssen die Leute überzeugen und das ist auch okay so. Das ist Marktwirtschaft. Ja, und vor dem Hintergrund schauen wir uns mal an, wie das weitergeht. Die Frage, die sich jetzt noch so aufdrängt, ist, das ist ja jetzt der Erste oder einer der Ersten, die jetzt da sind. Epic haben wir auch schon da aufgezeigt. Gibt es denn noch weitere, von denen wir wissen, dass die jetzt dann in den Startlöchern sind? Ich meine, der einzig wirklich bekannte dritte große oder größere, sagen wir mal, ist halt Setup. Das ist ja einfach diese Abo, ein Abo- Angebot, ein Abo-Angebot an momentan halt hauptsächlich Mac-Apps. Ist auch eine sehr schöne, sehr schön gemachte Store eigentlich, der dir die Auswahl bietet und die du halt zum Festpreis praktisch abonnierst. Solange du das Abo bezahlst, hast du halt Zugriff auf x Mac-Apps. Da ist auch einiges sehr Nützliches und Bekanntes auch darunter. Und die haben auch jetzt schon iOS-Apps, die du natürlich ein bisschen umständlich installieren musst und dann halt freischalten kannst, auch im Rahmen deines Abos. Aber die sind natürlich einfach im App Store und ich bin neugierig, wie die das auch umsetzen wollen, weil die wollen eben auch ihren eigenen iOS App Store halt machen, in dem du dann halt wahrscheinlich auch einfach natürlich abonnieren kannst, direkt das Abo abschließen kannst. Für Setup ist das sicher interessant und finanziell auch interessant natürlich, das so zu machen. Die Frage ist halt, wie viele Entwickler sie bekommen, die halt Lust haben, Apples neue Geschäftsbedingungen einzugehen. Da sind wir wieder bei der Core Technology Fee und den Auswirkungen davon oder dem Abschreckungsfaktor dieser Core Technology Fee, die sie ja nun auch einfach hat. Und ich weiß noch nicht genau, wann sie starten wollen. Sie haben da relativ früh angekündigt, aber man hat jetzt bis jetzt noch nichts gesehen, dass sich das irgendwie vorangekommen ist. Aber vielleicht springen die auch plötzlich jetzt aus der Ecke und sagen, hey, hier ist unser Setup Store. Kannst du jetzt auch installieren auf dem iPhone. Werden wir vielleicht auch demnächst sehen dann. Ja, ich mag ja an dieser Stelle natürlich möchte noch darauf hinweisen, dass ich werde natürlich das Thema auch nochmal beackern. Für die nächste Mac&Eye wird man auch sicher demnächst auf Heise Plus lesen können. Also alle Details, wie diese ganzen alternativen App Stores funktionieren und wie man da rein kann oder raus kann oder sich davon fernhält. All diese verschiedenen Aspekte, von denen wir auch viel heute besprochen haben, wird man da auch demnächst sicher auf Heise Plus und dann in der nächsten Mac&Eye lesen können. Wofür es definitiv kein kostenpflichtiges Abo braucht, ist diesen Podcast zu abonnieren. Das ist nicht einfach so möglich in einem Podcatcher der Wahl. Und auf YouTube gibt es uns ja auch. Auch dort kann man den Abo-Button für den Mac&Eye-Kanal einfach mal anwählen und dann ist das, funktioniert das einwandfrei. Ja, dann sage ich danke, lieber Leo. Wir haben das, wir haben jetzt die alternativen App Stores, den ersten alten, großen alternativen App Store, den wir gesehen haben, jetzt so ein bisschen erkundet. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Wir berichten natürlich auch einen Podcast darüber und ansonsten über andere spannende Apple-Themen. Wir warten nochmal auf iPads, mal gucken, wann die kommen und was wir da besprechen können. Eins, zwei, sage ich danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.